Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Flo Forella und in diesem Video möchte ich dir das Depot vom lieben Jonas, 20 Jahre alt, vorstellen. Und er hat gestern erst seine ersten vier Aktien für sein Depot gekauft. Du siehst es hier, heute ist der 24. August 2021, gestern war der 23. August logischerweise. Und er hat hier vier Aktien gekauft, im Gesamtwert von 2500 Euro ungefähr. Und ja, du siehst es hier auch nochmal zum Beweis, also gestern am 23. August um 14 Uhr hat er da angefangen. Und wir schauen uns in diesem Video an, ob diese Aktien denn gut waren als Basis für sein Depot und wie ich die so persönlich einschätze. Das Ganze wie immer keine Anlageberatung, nur meine persönliche Meinung. Aber es sind definitiv sehr, sehr spannende Aktien dabei. Das kann ich jetzt schon mal verraten. Das Video wird freundlicherweise gesponsert von XTB. Das ist ein Broker, bei dem du für 0% Kommissionen, Aktien und ETFs unter anderem handeln kannst. Ist auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Dort kannst du auch ein kostenloses Demokonto einfach mal einrichten und dich ein bisschen am Aktienmarkt ausprobieren, wenn du noch keine Erfahrung hast. Und von daher schau gerne mal in die Videobeschreibung. Wir beginnen jetzt mit dem Video und mit der Analyse vom Depot des lieben Jonas. Wie gesagt, 20 Jahre alt und er hat mir geschrieben, er möchte maximale Rendite natürlich. Und das mit durchaus auch einigem an Risiko, weil er eben noch jung ist. Und du siehst hier die vier Aktien, die er ausgewählt hat. Okta, ADP, Denaga Group und Complio Charging Solutions. Klar, von der Performance brauchen wir jetzt noch nicht großartig draufschauen. Das Depot ist ja gerade mal 24 Stunden alt. Von daher braucht man da jetzt noch keine Analysen machen. Was wir uns aber anschauen, ist definitiv die Verteilung von den Regionen zum Beispiel. Er ist in Nordamerika zu 60% investiert und in Europa knapp 40%. Das ist eine gute Aufteilung, wie ich finde. Nordamerika ist immer gut eigentlich für den Aktienmarkt und Europa auch sehr stabil. Ganz im Gegenteil zu Asien, wo man ja auch in den letzten Wochen gemerkt hat, dass es oder auch Monaten, dass es sehr, sehr volatil sein kann. Von den Positionen her, klar, es sind nur vier Stück. Das ist jetzt noch keine ausreichende Diversifizierung. Aber er hat ja gesagt, er möchte auch ein bisschen Risiko eingehen. Und von daher, weil er eben noch jung ist und viel Rendite erwartet, ist ihm die Sicherheit da nicht ganz so wichtig. Und deswegen hat er aktuell auch nur vier Positionen drin. Insgesamt von den Sektoren, Informationstechnologie sicherlich eines der größten Themen in der heutigen Zeit, aber auch für die nächsten Jahre. Industrie ist auch dabei. Aber von daher, da macht er im Prinzip auch alles richtig. Und weil er wirklich auf Rendite aus ist, ist er auch nur mit einem einzigen Titel hier, mit einer Dividende quasi im Spiel, nämlich ADP, also Automatic Data Process. Da bekommt er 3,16 Euro an Dividende. Von daher, du siehst es hier, ist es wirklich ein Wachstumsdepot oder soll es zumindest werden. Und jetzt schauen wir uns einfach mal die einzelnen Positionen im Detail an und dann schauen wir mal, ob ich die genauso gewählt hätte. Die erste und größte Position von ihm ist Okta. Und das ist wirklich ein Wert, der sehr, sehr interessant ist und es wirklich in sich hat. Es ist der Marktführer im Bereich von Cyber Security, von Zugriffsberechtigungen, Zugriffsberechtigungen, also in dem Fall ein Software-as-a-Service-Anbieter, der cloudbasierte Anwendungen anbietet, eben für solche Lösungen für Kunden, die eben Cyber Security anwenden wollen im Bereich von Zugriffsberechtigungen. Also zum Beispiel, wenn jetzt ein Unternehmen viele verschiedene Zugangspunkte hat zu unterschiedlichen Softwareprogrammen oder zu irgendwelchen Cloud-Diensten oder sonstiges, da kann Okta eben aushelfen und hier wirklich personenbezogen Zugänge und Zugriffsberechtigungen dem Kunden zur Verfügung stellen, beziehungsweise dass der sich das Ganze auch selbst organisiert. Ist ein sehr, sehr starkes Unternehmen. Du siehst es ja auch schon in den letzten Monaten und Jahren, sehr, sehr stark gewachsen, seit 2017 an der Börse. Es ist aber auch sehr, sehr hoch schon bewertet. Wir sind ja aktuell zwar in einer Seitwärtsbewegung, so seit letzten Winter ungefähr, aber trotzdem ist es ein sehr, sehr hoch bewertetes Unternehmen, was einfach auch schon viel Zukunft mit integriert hat. Es ist sicherlich auch ein Zukunftsthema für die nächsten Jahre, aber Okta ist eben auch schon mit viel Hoffnung verbunden und hier kann natürlich, wenn die Zahlen einmal nicht stimmen, auch sehr, sehr viel schief gehen. Ungefähr 40 Prozent rechnen die pro Jahr an Umsatzwachstum. Muss natürlich auch alles so gut gehen und es gibt natürlich auch trotzdem noch Konkurrenz, sehr, sehr viel sogar, aber sie sind Marktführer und haben ein sehr, sehr interessantes Geschäftsmodell. Von daher würde ich die persönlich auch drinnen lassen. Wie gesagt, so Zugriffsberechtigung und Cybersecurity ist immer wichtiger in den nächsten Jahren, meiner Meinung nach. Und von daher Okta als Marktführer sicherlich auch keine schlechte Investition. Habe ich persönlich zum Beispiel auch auf der Watchlist und von daher würde ich auch hier persönlich dem Jonas sagen, da hast du im Prinzip erstmal alles richtig gemacht und der Zeitpunkt des Kaufes aktuell nach dieser langen Seitwärtsbewegung ist meiner Meinung nach auch nicht der schlechteste. Das nächste Unternehmen, was ich hier vorstellen möchte, ist ADP oder ausgeschrieben Automatic Data Processing. Ist ein Anbieter von Dienstleistungen für das Personalmanagement, also zum Beispiel solche Dinge wie Gehaltsabrechnung, Personal- und Talentmanagement, wie es hier unten steht, oder eben halt Dienstreisenabrechnung und so weiter und so fort. Also im Prinzip alles das, was Unternehmen ja entweder selber machen können oder in dem Fall outsourcen können, also auslagern können, bietet hier ADP an im Bereich von Personalwirtschaft und gerade auch sowas wie Buchhaltung oder Personalabrechnung und so weiter. Das ist ja ein nicht wertschöpfender Prozess für ein normales Unternehmen und da ist ADP wirklich dann ein guter Dienstleister, der weltgrößte sogar in dem Bereich, der das Ganze eben dann auch dem Unternehmen abnehmen kann und das quasi dann für das Unternehmen vorteilhaft ist, weil die sich eben damit auskennen, weil es dann eben auch berechenbare Kosten sind und man kein eigenes Personal für Buchhaltung oder so weiter anstellen muss. Du siehst es auch schon in den letzten Jahren sehr, sehr gut gelaufen und auch gerade hier letztes Jahr, wo die Krise war, die Digitalisierung einen enormen Schub bekommen hat, aber eben auch die Rationalisierung von Kosten in Unternehmen und da ist ADP sicherlich einer der Profiteure, die ganz, ganz stark davon profitieren, dass Unternehmen mehr Dinge auslagern, vor allem nicht wertschöpfende Dinge für ein Unternehmen wie die Buchhaltung und Personalwesen und so Geschichten und da hat eben ADP eine sehr, sehr gute Marktstellung, hat auch eine steigende Dividende, also von daher hier auch sicherlich langfristig sehr, sehr interessant und von daher hier als Marktführer mit steigenden Dividenden, aber auch guten Kurswachstum und in einem absoluten Trendmarkt sicherlich auch eine gute Investition und finde ich persönlich auch als Basis so ein bisschen als Ausgleich zu den doch spekulativeren Werten als sehr soliden Wert wirklich sehr, sehr gut als Ergänzung und deswegen auch ganz gut, dass er die zweitgrößte Position schon ausmacht, dass er hier wirklich eben noch so ein bisschen sicheres Wachstum hat, wobei, wie gesagt, sicher immer relativ ist bei Aktien, das kann ja doch auch immer wieder runtergehen, trotzdem ADP für mich eine gute Investition. Die Naga Group ist die drittgrößte Position bei ihm, ist in dem Fall auch ein Unternehmen, was ich persönlich auch im Depot habe, also von daher bitte auch mal beachten, wenn ich selber investiert bin, bin ich natürlich auch etwas subjektiver, kann man zumindest davon ausgehen, ich versuche das aber so objektiv wie möglich rüberzubringen. Die Naga Group ist ein Anbieter von Social Trading vor allem, also ein Unternehmen, was hier vor allem, du siehst es hier, seit letztem Jahr, dort wo eigentlich viele Unternehmen sehr, sehr gekriselt haben, ist es bei Naga wirklich sehr, sehr stark angelaufen, das Geschäft, weil eben viele Leute die Börse für sich entdeckt haben und auch gerade dieses Social Trading Thema sehr, sehr interessant ist, wo du eben bei Naga zum Beispiel Leute kopieren kannst, also erfolgreiche Trader, was natürlich auch vor allem für die vielen Anfänger und Börsenneulinge sehr, sehr interessant ist. Aber natürlich auch der Krypto-Hype, der dort mit reinspielt, Naga hat sowohl Aktien als auch Kryptos und so weiter und so fort und dort sicherlich sehr, sehr spannend als Unternehmen, was in den letzten Monaten oder beziehungsweise seit letztem März 2020 schon sehr, sehr gut gelaufen ist und aktuell so ein bisschen in der Konsolidierungsphase ist. Viele Analysten sehen aber auch weiter Potenzial, teilweise bis 8 Euro oder mehr und von daher, da bin ich persönlich auch mit drin und sage auch, ja, das halte ich auch für realistisch und ich denke auch, dass dieser Boom gerade auch mit Krypto und so weiter auch Naga wieder in die Karten spielen wird und dementsprechend auch weiteres Kurswachstum voraus ist. Sicherlich die Frage, wie es die nächsten Jahre weitergeht, aber zumindest für dieses Jahr zum Beispiel, aber auch für nächstes Jahr, bin ich da auch noch sehr, sehr optimistisch für die Naga Group und langfristig spricht eigentlich auch nichts dagegen, aber da muss man halt immer mal wieder auch reinschauen in sein Depot und auch natürlich die Geschäftszahlen und so weiter analysieren. Grundsätzlich finde ich die Investition aber nicht schlecht, er ist für ein Wachstumsdepot hier angetreten und da ist die Naga Group sicherlich keine schlechte Investition. Das letzte Unternehmen, was ich dir vorstellen möchte, was der liebe Jonas in seinem Depot drin hat, ist Complio Charging Solutions. Hatte ich ja auch schon das ein oder andere Mal in einem Video mal empfohlen. Ist ein Unternehmen, was vor allem im Bereich von Ladeinfrastruktur unterwegs ist, beziehungsweise Ladestationen für Elektroautos und ist noch ein relativ kleines Unternehmen. Also ich meine, es gibt ja Riesenunternehmen, die schon Milliardenbewertungen auf den Schirm rufen. Da ist Complio Charging Solutions noch sehr, sehr weit von entfernt, aber auf den besten Wegen eigentlich dorthin, weil sie eben den Zahn der Zeit treffen und in dem Fall ja eben zum Beispiel Wandboxen, aber eben auch Ladesäulen für Elektroautos herstellen und entwickeln. Letztendlich Complio Charging Solutions sicherlich auch spekulativ, aber eben in einem absoluten Zukunftsmarkt. Ich persönlich würde zum Beispiel ungern so in Tesla investieren, die doch schon sehr, sehr hoch bewertet sind und wo eben auch schon viel Zukunft mit eingepreist ist. Bei Complio Charging, die sind auch nicht günstig bewertet, das muss man auch ganz klar sagen, aber die sind hier doch noch relativ am Anfang und dort sehe ich noch größeres Wachstum. Potenziell ist natürlich auch wieder mit Risiko behaftet, aber Chancen und Risiken stehen meistens in Verbindung und je höher die Chancen sind, umso höher auch meistens das Risiko. Und deswegen bei Complio Charging Solutions als kleinste Position finde ich das nicht schlecht. Es ist eine Wette natürlich auf die Zukunft, dass eben auch hier dieser umkämpfte Markt von Ladeinfrastruktur für Complio Charging Solutions genügend Marktanteil bietet und die sich eben auch durchsetzen können mit ihrer Technologie. Grundsätzlich finde ich es aber einen spannenden Titel, den ich persönlich auch die nächsten Jahre so halten würde. Von daher hier das Gesamtdepot finde ich sehr, sehr spannend. Vier klasse Titel. Es muss nicht immer das Depot sein mit 20, 30, 40 Titeln. Klar, wenn man noch so jung ist, das ist Fluch und Segen zugleich. Auf der einen Seite würde ich sagen, ja, investiere in solide Dinge, die auf jeden Fall die nächsten Jahre solide wachsen. Auf der anderen Seite kann man aber auch sagen, in dem Alter kann man durchaus was riskieren und den einen oder anderen Euro auch in spekulative Titel reinsetzen. Und deswegen würde ich persönlich sagen, lass das Depot genauso. Ergänze es vielleicht noch mit solideren Titeln als Ergänzung einfach für die nächsten Jahre, dass du da einfach auch noch sicheres Wachstum mit drin hast. Es sind aber auch sicherlich hier nicht die super spekulativen Titel und von daher auf jeden Fall ein sehr, sehr zukunftsorientiertes Depot, was viele Zukunftsthemen auch abbildet. Und in dem Fall hat der Jonas meinen Segen, dass das quasi so abgenommen ist. Er muss das natürlich immer wieder selber entscheiden. Ich sage hier nur meine Meinung dazu. Und ansonsten, wenn du übrigens auch mal möchtest, dass ich dein Depot analysiere, schau gerne in die Videobeschreibung. Da ist ein Anbieter verlinkt an der App, die ist komplett kostenlos. Dort kannst du dein Depot genauso schön analysieren. Mir dann zuschicken über Instagram, flo.pharell heiße ich dort. Und ansonsten auch gerne diesen Kanal abonnieren. Wir sind knapp 71.000 Abonnenten. Großes Dankeschön dafür. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du auch gerne einen Daumen nach oben für dieses Video da lässt, wenn es dir geholfen hat. Und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video wieder. Und bis dahin wünsche dir alles, alles Gute. Viele schöne Renditen. Mach's gut. Dein Flo Pharell.